Wir testen heute normales TNT versus Mini-TNT. Ich habe gerade eben diesen TNT-Block gebaut, also komplett ausgefüllt, auch innen. Und wir werden jetzt erstmal das normale TNT zünden. Zack. Das ist so eine Explosion. Und jetzt werden wir das Mini-TNT zünden. Okay, was passiert jetzt? What the heck? Alter, ganz viel Mini-TNT. Okay, ich glaube, mein Minecraft ist abgeschmiert.